ARD Text im Auftrag von Funk Ja, was ist mit mir? Ey, geht nicht! Was ist mit mir? Geht hier! Ja, ja. Sind doch fast alle gemutet. Ja, alles gut. Oh, direkt in der Cafeteria! Ich glaube, der war noch auf Kraft, keine Ahnung. Äh, Lila kam glaube ich vom Cafeteria. Ich war der einzige, der Lights gefixt hat. Hey, Light war doch immer noch aus, oder nicht? Ja, Light ist mir noch aus. Aber ich war der, ich bin der einzige, der gerade da war. Ich war bei CO2. Ich glaube, es ist Lila. Ich glaube, es ist Lila. Weil er hat die, ähm... Weil, Leute, er hat diese Task mit den Blättern in O2 sehr schnell gemacht und kam von Cafeteria. Okay. Das dauert... welche... welche Blätter? Dieses Upload? Nein, Blätter! Ja, Yellow kam von Cafeteria. Ach so! Ich hab, Cafeteria, hab ich den gesehen, die Leiche. KG! Kam ja gar nicht. Bin in Cafeteria. KG! Ich hab den nächsten direkt rausworten. Wer ist jetzt? Doch, nicht. Spidern, wir jetzt random. Okay. Das war schon gut. Hahaha! Let the animal out, boy! Das war schon gut. Das war schon gut. Das war schon gut. st...